Ich hab Hunger! Willst du auf Pizza? Ja. Scheiße, das Geld ist weg. Wer ist denn so asozial und klaut auf ner Party Geld? Ich hab das Geld genommen. Ja man, Ben will die Kohle jetzt immer schon gleich. Du gibst unser letztes Geld für beschissenes Dope aus? Es ist nicht beschissen. Mir reiß. Kein Bock mehr. Echt keinen Bock mehr auf deinen Schwachsinn. Meins tut mir leid, ehrlich. Na toll, dafür kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. Ich hab so die Schnauze voll von einem blöden Kifferleben. Immer geht's nur darum, wann man wohl das lächste Gras kriegt. Das ist echt zum Kotzen. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Junge bis zum Ton zu Hause... Ich chiaro dich überraschen. subscribete Untertitelung des ZDF, 2020